Und wir kommen zurück zu, wir haben einen Tempel gemacht. Also wir haben uns den letzten getötet, der war ganz oben drin. Und ja. Was? Der Mitte ist bestimmt ein Diamantblock oder so. Ich glaube, da ist nur Gold drin. Ja, nur Gold. Das war's. Ja. So, ich nehme mal noch die ganzen Lampen hier mit. Wegen sowas? Wir haben jetzt die ganze Zeit so... Oh, die tropfen die Scheiße. Ich glaube keine, du musst die abbauen. Ja. Weil diese Blöcke von den Untersee-Tempels sind aber richtig. Ich kann gucken, ob es vielleicht irgendwo noch eine zweite Schottskammer gibt. Ich weiß das gar nicht, ob es mehr oder sie gibt. Also das ist schon eigentlich schmickrig, so wenig, oder? Wow, ich habe gerade Damage bekommen. Ja. Ich nehme mir noch so normale Blöcke mit. Kannst du ja auch gucken, ob du die abbauen kannst, ohne dass sie zerstört werden. Was? Diese normalen Blöcke von den Wänden. Bausch Wände ab. Oh, das ist auch gut. Das ist ja auch gut. Ja. Das kann ich ja gleich alles schön zusammenschneiden und dann freuen wir uns. Ja. Das hat uns ja eigentlich jetzt fast nichts gebracht. So richtig gesehen. Ach, doch, ein paar Seelaternen. Und Schwämme. Ach, du kannst ja in Schwemmräumen einfach das ganze Wasser einmal wegmachen. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können, wie Idioten. Wasser? Ja, wegsetzen. Was hat das gebraucht? Man kann ja überall Wasser wegsetzen. Ja, und was bringt das, wenn du das wegsetzt? Wir hätten mir kein Aqua-Infinity mehr gebraucht. Bist du, äh, aber so musst du nicht die ganze Zeit mit dem Wasser, ähm, einmal rechts klicken. Hallo? Guten Tag. Willkommen in der Aufnahme. Ja. Oh. Willkommen, willkommen. Nicht schlimm. Guten Tag, Adrian. Oh, kleiner. Hörst du auf? Ich hab gerade einen Unterwasser-Tabler gefunden. Also, wir gehen mal kurz, ja. Warum? Lappen. Und das waren die Lappen, wie Tim schon richtig gesagt hat. Ich glaub, es irgendwie ganz oben was gibt. Wo wir eigentlich drin waren. Können wir da was übersehen oder so? Ich glaube nicht, dass es da was gab. Oh, Schwämme. Okay, Schwämme vielleicht. Also, jetzt nicht ganz oben, sondern die waren einfach so, da die Schwämme. Achso. Okay. Ich weiß, dass es sich so abbauen. Schwämme so in so Dinger, das hab ich auch noch nie gesehen. Und seitdem ist mehr so viel Gibt. Ich hab mal so Schwämme mal sinnvoll gemacht, ja? Ja, ich weiß noch nicht mehr, ob die ihre Funktion wiederhaben. Ich glaub nur, wenn du sie, äh, im Ofen... Ich weiß nicht, weil die Funktion haben sie, haben sie ja in irgendeiner Version rausgenommen. Ich meine, das haben sie wieder reingemacht in... Ja, das könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber halt nicht. Deshalb, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich auch nicht. So, hier ist noch so ein komischer Stängel. Ja, mit fastem Stack. Von was? Schwämme. Schwämme auch so. Okay. Ach, wir hätten uns wahrscheinlich schon von Anfang an direkt runterbauen müssen. Du meinst von oben einfach... Nein, ja. Ja. Nee, aber der Typ gibt dir doch direkt Mining-Fatigue. Stimmt. Frag mich, wie man es dann sonst machen soll. Ja, du musst halt den Weg durchfinden. Wir sind so blind. Wirklich? Was hast du gefunden? Das glaubst du nicht. Komm mal zum Ausgang. Warte. Boah, ich bin jetzt über dir wahr. Ich muss mich gleich durchbauen, wahrscheinlich. Warte, warte. Ich komme mit super Geschwindigkeit. Eh. Ich baue mich durch. Ja, ich bin hier. Guck, guck. Hier geht's in alle drei Etagen. Gut zu wissen. Alter, das glaub ich doch jetzt nicht. Ich nehme mir noch diese Clawstone. Äh, ich sag immer Clawstone, weil ich die ganze Zeit nichts anderes... Gab in Minecraft diese Seelaternen mit. Ich nehme mir die Außenhaut mit. Wollen wir kurz machen? Aber ich muss ihn auch gleich weg. Wahrscheinlich. Ja. Ich muss gleich auch essen, weil ich rieche es schon irgendwie. Ich rieche es schon. Ja, ist so. Lecker. Mm, lecker verkohltes Essen. Leckerle. Jam, jam, jam. Hm. Laternen, da ich hier mal stehen. Ach, so. Achter. Korrekt. Könnte man die nicht zusammen machen, die Prisma? Oder hat man da von Clawstone-Termalporscht? Ah, die kommt jetzt zusammen Clawstone. Weißt du, was komisch finde ich. Ich glaube, umso mehr denn die Pickaxe kaputt geht, umso schneller wird die. Oh, schaden. Du, scheiß Vieh, haust du ab. Ich hätte mir gar nicht die ganze Zeit die Tränke trinken müssen. Das ist doch aber angenehmer als die ganze Zeit mit dem Eimer. Ja, ich weiß. Also fände ich jetzt. Wenn wir nochmal einen machen, kannst du hier den Wasser immer nehmen und ich mache mir wieder Tränke. Ne, sehr ungefähr. Na gut, dann beschwere ich nicht, dass wir die ganze Zeit Tränke geschlürft haben. Also. Maurice, da könnt ihr hier reinkommen können. Kannst reinkommen, Maurice. Ist doch egal, ob du in der Aufnahme bist. Ja. Man hört dich nur. Bist du schlimm? Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, also. Wir haben kein Problem damit. Oh, sorry. Sterben wir wieder? Ja. Da ist noch so ein Wächter gleich bei dir. Pass auf. Oh, Maurice, hast du was geangelt oder so? Ich war nur kurz da, aber das Hochwasser. Ja, das war ein bisschen kack. Da ist ein bisschen, ein bisschen weniger. Na, kam so ein Typ dann. Na, man darf eigentlich nicht anhanden, so, aber der war gecheckt. Ja, na klar, da war da ein, oder nicht. Nein. Das Hochschutzgebiet. Ja. Das, Herr Junge, das gepachte, aber trotzdem, das juckt keinem. Auch kein Wunder. Nee, das hat denn nur so gesagt, er hat gesagt, früher als Kind, weil er da auch immer so, aber den hat gesagt, wo am Ende, gang ist ja hier, viel Spaß noch beim machen. Okay, das war so ein Ding. War okay, du redest ein bisschen länger mit dem dann so, okay. Ah, ich krieg Schaden. Aber ich glaube, die Polizei würde eh da nicht hin. Okay. Mensch, das ist schade. Du schaden, ertrinkst du, ja? Ja. Und das, ich hab mit dem Baum einfach eine Pose war da. Da gehen auch immer welche ein. Ich geh mal wieder nach oben. Warum, du ertrinkst auch? Hm, ich doch nicht. Ähm, ich würd sagen... Dat warten mit der Folge. Ja. Und trödeln dann wieder dem Kompass nach nach Hause. Ja, und wir sehen uns wieder zu Hause. Und dann bis im nächsten Part, oder nachher. Tschüss. Ich weiß nicht, vielleicht...